Kommen wir dann jetzt endlich mal zum Cowboy-Spieler. Es wird Zeit und wir reden endlich einmal über Captain America, Roger Starbuck. Da muss ich natürlich direkt die Frage an dich stellen, ist er der größte Cowboy-Spieler aller Zeiten? Ja. Also er hat die erste große Ära der Dallas Cowboys natürlich war die erste große Ära der Dallas Cowboys, aber meine Ära war es halt nicht. Also ich bin Dallas Cowboys Fan geworden durch Troy Aikman, Emmett Smith, Michael Irvin, deswegen tue ich mich mit der Sache sehr schwierig und mein Lieblingsspieler ist Tony Romo, aber ob er der größte Cowboy aller Zeiten ist, zweimal den Superbowl mit denen gewonnen, sechsmal den Pro Bowl, fünf NFC Championships, Hall of Famer. Er spricht vieles dafür, dass er der größte Cowboy aller Zeiten ist und er hat diese Marke halt sehr geprägt des größten Franchises in Amerika. Tom Landry, damals der Coach der Cowboys, hat auch mal gesagt, für ihn ist er die beste Kombination aus Athletik, Wurfkraft und Führungsmentalität, also der geborene Anführer. Und zu seiner damaligen Zeit, als er aufgehört hat, hat er aufgehört mit dem besten Quarterback-Rating von 83,4. Also es spricht vieles dafür, dass er möglicherweise der größte Cowboy aller Zeiten ist. Troy Aikman, der für mich da mit reinfällt, vielleicht, ah, das tut mich wirklich schwer mit der Entscheidung. Da bin ich ein bisschen mucki. Kann ich ganz schlecht beantworten. Mach uns den mucki. Kann ich ganz schlecht beantworten, wer der größte ist. Aber Troy Aikman sagt, es ist Starbuck. Also was ich interessant fand, er wurde ja 1964 erst in der neunten Runde gedraftet, an Position 129. War dann erst Rookie mit 1969 und im Jahr 1969 mit 27 Jahren damals, also auch schon ziemlich alt. 1971 wurde er erst Starter, also dazwischen hat er irgendwie seinen Militärdienst abgehalten und war unter anderem auch in Vietnam. Das ist, glaube ich, eine Situation, die ist außergewöhnlich und die wäre heute so auch nicht mehr denkbar. Deswegen ist er im Draft halt auch so weit gefallen, weil halt klar für ihn feststand, er geht erst mal ins Militär, er wird für sein Land dienen, ist dann sogar nach Vietnam gegangen, war halt wirklich ein Vorbild für diese Generation. Heutzutage kaum noch vorstellbar, dass du einen NFL-Vertrag auf Eis legst, um irgendwo im Irak kämpfen zu gehen. Ja. Wäre es denn heutzutage für dich so das Vorbild der Liga, der Roger Starbuck 2017. Ja, ich sag mal, diese Spieler wie damals, diese Idole, die gibt's ja so heute in dem Sinne nicht mehr, zumindest die guten nicht mehr. Heute sind die Outlaws cool bei den Kids, OBJ, Antonio Brown, Marshawn Lynch, die Jungs mit Ecken und Kanten und auch Mucki natürlich, klar, wie konnte ich ihn vergessen. Insofern ist das eine ganz andere Zeit und das wandelt sich auch immer mal wieder. Kantein, die Jungs und Kantein, die Jungs und Kantein, wie geht's auch immer wieder? Vielen Dank.